Oh scheiße, ich bin bloß. Oh no. Ich muss jetzt nicht funktionieren für, hat es aber nicht. Oh boy, trying to Ash, dude. Ich bin so ein Lacken. Oder? Okay, ich bin so ein Lacken. Oder? Ich sehe nichts. Ich will mal kurz sagen, ich war von der ersten Runde am erster. Das war ein perfekter Play von mir. Schiebung, das kann gar nicht sein, dass Rocklema erst da wird. Das war, weil ich mal ne Glückskatze gerubbelt habe. Actually ist das aber ne Map, wo ich aus irgendeinem Grund gut bin. Ich glaube, das ist ja auch die eine Map, bei der ich die ganze Zeit gegen Mana gewonnen habe. Ich schrubbel dir auch gleich mal was. Hä? Was meinst du? Verstehe ich nicht. Was meinst du? Hol mal Handy. Ich brauch was zum Gefummeln. Hol mal Handy. Ich brauch was zum Gefummeln. Mann, hätt ich das gewusst und hätt ich... Fuck. Fickilifuckilifuck. Ich hab mir in die Hose geka... Auf gutes Rennen. Für Avermorgen. Oh, ich hab nicht ein Item bislang gehabt. Immer noch nicht. Oh. Ficken. Mein Arsch. Ryan hat dafür gesorgt, ich erster werde. Oh, ich hab mich ewig. Das war unlucky, ich hatte irgendwie 3-4 Rote, die reinen sind hinter mir und irgendwann hatte ich nichts mehr zum Verteidigen. Konsequenz hat Gott gerade was gegen mich, ich habe doch gar nichts gemacht, ich kriege halt zu viele Sachen ab, jetzt auf einmal eure Ausreden, wenn ich sage, furiose Items ficken mich gerade in alle Löcher rein, ich stelle dich nicht so an, Ausreden Loser, ne, wenn ihr mal dran sitzt, oh ne, wir Armen, das ist so unfair, von den NPCs geschlachtet, das schickst alles gegen uns, Bier gegen Gott, Cola gegen Safari. Nee, ich probate, das ging anders. Vor allem, ich hatte irgendwie die erste Runde nicht da in 1. Oh wow, oh wow, warte mal, ist das meine, ne, hab ich dem gerade nen Pilz geknallt? Oh shit, mein Titi. Nein, naja! ...so. ...so. ...Hörwe... Ah, ich habe gespielt und... ...was besplat. ...was tut gar nicht. Aber egal. Ist ja ein Spiel. Ja, oder? Oh, shit. Oh, 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 oh. Wir waren erst mal. Erst mal hab ich ja gar nicht mehr gesehen. Ah, war noch. Der Mann hab ich vorgelassen. Ja, Röckle und ich immer um Sakaris Breite aussahen. Das stimmt doch gar nicht. Du warst einmal vor mir. Und hast dadurch Punkte bekommen. Und jetzt bist du einfach... Eww, 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 eww. Opfer. Mein Handgelenk tut weh. Ich kann meine Hand nicht so drehen. Ich möchte Brian gerade auch angiften. Hä, wieso? Den Stern hab ich mir aufbewahrt. Was? Falsch, die cooleren Hubs gemacht. Ich antworte mal für Raihan. Ich bin ja auch später dazugekommen. Warum krieg ich eigentlich die erste Route ab? Oh nein, ich schlafe nicht in einem Pool. Ich hab noch gerade alles vergessen. Ich muss eine halbe Stunde bis warten. Alle drei Schlafen schlafen. Ich spiele uns viel zu schnell dafür. Besser als der Stern, I guess. Besser als der Stern, I guess. Besser als der Stern, I guess. das geht ja rein. Wie geil. Und dann auf bloß... Und dann auch noch auf Groot? Ja, okay, das war's für mich. Damit bleibt mir der erste Platz verwehrt. Das ist ein Essen. Das ist ein Essen. Ich hab einen Fahrfehler gemacht, jetzt geben wir noch eine Rote. Man hat, glaub ich, damit gewonnen. Oder? Ja, um einen Punkt. Das Ende war bei uns hinten echt heavy. Jaja, Mana wieder mit Abstand. Der Beste. Ich hätte nur eine Position weiter sein müssen. Willst du Raihan vorne sehen? Musst du die Tabelle drehen? Was? Jägerista bis sch出 lag? Seine Kuhl Polokomる. Heist Kuhl Polokom. Bis zum nächsten Mal.